Ah, die macht echt Spaß, Digga, das macht echt sehr viel Spaß, das ist ganz geil eigentlich. Leg, Leg, my game crashed. Ach, überhaupt, der macht schnell viel Spaß, muss ich sagen. Was ist neu in Season 3? Ähm, die Legs. Legs. Digga, wie soll man das denn überleben? Boah, Digga, Waterworld einfach, wie geil. Wie geil, Mann, wie geil. Die Wasserschlacht kommt. Ah, ja. Der Battle Pass, ja, den kaufen wir uns natürlich. Ich hab Battle Pass gekauft. Strong. Cooles Skin-Kombi hab ich, oder? Cool. Travis Scott, kennt ihr? Ja. Fühlt ihr Travis Scott? Ja, durchaus. Trimax, fühlst du Travis Scott? Nein, ich wusste bis vor dem Live-Event nicht, wer das ist. Okay, findest du denn Travis Scott geiler als Ufo? Ja. Wie kannst du ja sagen, wenn du... Was denn, Reapers? Doch, natürlich kann ich das. Ich kenn drei Songs von Ufo, ich kenn drei Songs von Travis Scott, fertig. Dann nimm mal auf den Markt, das sind mir nur ein Song von beiden. Nee, ich hab's ja gehört schon. Ufo weiß, dass ich den nicht mag. Wie heißt dein Album, irgendwas mit Rich? Rich, Rich. Das ist doch schon unsympath vom Herrn, bin ich doch raus. Hä, warum? Völlig übertrieben halt. Der parkt seine drei Sportwagen-Support. Vor seinem Privatjet und zählt die ganze Zeit nur 500er und kann seine Hände gar nicht bewegen, weil er so viele Diamantenringe hat. Also, was ist das für eine Scheiße? Das ist doch vollkommen in Ordnung. Lass den Mann doch, gönn ihm doch einfach mal, Max. Nein. Ich bin ein richtiger Deutscher, ne? Wie sieht's raus? Wo gehen wir hin? Hab Headshot gegeben, hab die Map noch nie aufgerufen. Ist ja alles unter Wasser. Boah, Digger, Waterworld einfach, wie geil. Genau. Insane. Mir ist egal, ihr sagt an, Jungs, ich spiel einfach nur, ich performe. Meine erste Runde Fortnite seit 30 Jahren gefühlt. Ja. Perfekt, sehr gut. Ein paar Sekunden später. Oh, Digger, der wegrasiert. Direkt über die ab. Ne, ich muss mich erst mal wieder hier reinfuchsen. Was spielst du denn sonst? Boah, mit Gefühlen von anderen Menschen. Viel. Oh, shit. Riedenspiel eigentlich quasi nur Shit Games, möchte ich das mal kurz anmerken. Ja, Valorant und Minecraft und zwischendurch mit Max Muttermar. Mensch, ärgere dich nicht. Okay. Da hinten ist so krank, da sind so viele Kisten da hinten. Hier ist brutal viel los, passt auf. Meine Shotgun hat vorne so ein Ding drauf. So ein Tank. Halsmaul, sie ist hier. Wollt ihr mich verarschen, war noch nie hier. Wer denn, dieser Bot? Ja, ja, der Bot mit der Endgegner-Bot, mit den krassen Waffen. Die hat 7000 Leben und macht sehr viel Damage, aber hat auch die krassesten Waffen. Ja, hab ich gesehen, ich bin raus. Ich hab sauer Angst. Ja, Digga, natürlich, klar. Kannst du dich besiegen, kannst du dich besiegen. Ist hier ein Hai? Ja, der ist auch noch ein Hai. Digga, wie soll man das denn überleben? Jungs, hier ist ein Hai neben mir und dieser, dieser, dieser... Ich bin jetzt einfach verblutet. Ey, Max, ich hab alles versucht und ich war da. Ich war auf dem Weg, aber ist ja insane. Wie willst du die denn töten? Naja, die ist zu viel neben, die ist echt schwer. Riep, jetzt kriegst du's hin? Nein, 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 der Bot ist so schau. Soll ich mit drauf schießen? Alle, alle, ja, bitte, bitte, bitte. Hilfe. Revi, bitte. Wo ist denn die, Alde? Sie stirbt nicht. Sie stirbt nicht. Ich hab keine Füße nicht mehr für nichts. Revi, mal die Karte. Digga, hör mal auf, ich muss Reapers raten. Was ist diese Karte, was ist das? Für Tresor, nimm die in die Hand, dann siehst du. Nimm die in die Hand. Ja, ja, hab ich. Ich hab ihn in den Mund. Nimm in die Hand. Du sollst in die Hand nehmen. Ach, falsch, ach, falsch. Ich hab's in die Hand. Nein, du solltest in die Hand nehmen. Ja, sehe ich. 83 Meter. Alter, Revi, du bist besser geworden. Time. Time to shine. Revi, Revi. Revi, you're sweet. Let's go, Jungs. Sauber. Und wirf eine Granate vor dich in die Stadt, beide. Ich hab's, ich hab's geholt, Jungs. Ich hab's. Das ist so stark, Revi, Alter. Können wir die Insel Tortuga nennen? Nein. Tortuga, doch. Auf nach Tortuga, ich bin bei Miki. Auf nach Tortuga. Oh, oh, hier ist diese Frau. Hilfe. Der heißt einfach Ocean, oder was? Gib her. Versammeln, splashen, Revi. Ja, geil. Splash mich voll, Alter. Hier sind Haie, ne? Vorsichtig. Ist der Haie an Land? Ist der dumm? Ja. Ja, der greift so hart an. Oh, nein. Ich bin in die Toilette rein. Das hab ich gemacht. Zurück. Ach, Mann, Alter. Einmal einen guten Start. Einmal einen guten Start und dann crasht das Game. Ich bin ins Klo rein, Leute. Und es hat mich teleportiert. Das wusste ich nicht. Ich hab auch einen Crash, glaub ich. Echt? Ja, Brin, ihr habt auch einen Crash. Guck mal hier. Die neue Season hat's in sich. Das neue... Aber es ist auch gecrashed. Was? Hier gehen wir nicht mehr hin, Trimax. Ja, Moin, der von allen Gamecrash. Spielabgeschützt wird, deswegen... Ist cool, ist cool. Das neue Thema der Season ist Gamecrashes. Und das haben sie ganz gewinnen bekommen. Deine, deine React auf Trimax-Fails, ne? Ja, gehen immer gut. Ich sehe immer so, ist es normal. Macht eigentlich so viele Klicks nach sechs Stunden wie so meine Videos. Aber das hört danach nicht auf. Boah, bei dir gehen die ja bei 600.000 bis 800.000 hoch. Millionen Klicks, Max, ist es für mich nicht, sag ich mal, ne? Es ist für mich ja, Max, es ist für mich ja hier Spaß, ne? Twitch. Spaß an der Sache. Mein Geld mach ich natürlich mit Sklavenhandel und Immobilien, das ist ganz klar. Das erklärt natürlich einiges. Okay, wir auch eine Rolli, ja, machen wir das? Ich finde, der Flex ist ja einfach zu wissen, man kann es, aber man macht es nicht, ne? Außer, dass du dir halt die GT63 S nachgekauft hast. Bist du dumm? Ich hatte den vor dir, du dämlicher Idiot. Das war nur ein GT63. Achso, sorry, dass ich mir das S dazu gekauft habe, Max. Das hat die komplette Konfiguration. Dann hast du gesagt, ach, ich brauch auch ein S. Aber vorher hast du mir noch eine große Rede gehalten, dass man das S nicht braucht. Stopp. Ist gelogen. Ab nach Tortuga. Mein Pleasant. Tortuga. Pleasant. Gut, Tortuga. Micky. Jeder zählt keine Top 3 Drinks auf, wenn man feiern geht. Let's go. Gin Tonic, einfach weil kein Kater. Wodka Bull, aber massiver Kater, wirklich. Und halt Energie des Todes. Die nehmen wir ein, die nehmen wir ein, ja? Achtung, Achtung. Die nehmen wir ein, die hacken wir, die nehmen wir ein. Kontakt, Kontakt. Hack. Hack ihn. Wir werden besniped, wir werden gesniped. Einsteigen, einsteigen, einsteigen. Einsteigen, einsteigen. Einsteigen. Bisschen was gebaut hier, ne? Habt dich verwirrt, habt ihr gesehen? Gegner, Gegner, Gegner! Himmel rumklingt schon exklimatisch, ich brauche mich nicht mehr zu machen, wenn ich das machen darf. Ach, Digger. Hat ein Schildbreak von mir. Ist low, ist down, nice. Okay, hier diesen Stolen benutzen. Was ist das? Was heißt das? Und dann? Oh, es gibt ja sogar noch Teile der Map, die nicht unter Wasser sind. Geil. Chat, ich hab Nutella mit oder ohne Butter in meinen Augen mit, aber alle hassen es. Fett muss mit Fett gegessen werden, ganz einfach. Palmöl mit Butter ist geil. Aber das sehen wenig Leute so. Micky, kann ich die SMG haben? Ja. Kann ich die bitte haben, bitte? Komm, Micky, jetzt hör doch auf, Digger. Micky, mach doch jetzt keinen Schock. Ja, komm. Das ist wichtiger. So, Micky. Ne? Schade, Micky, wirklich schade. Ich dachte, wir wären ein Team. Aber gut. Hier, Nevi hier. Komm, nimm sie wieder auf. Ja, ja. Lustig, lustig. Hier, nimm. Oh, Mann. Oh, Karma. Ganz heftige Schwitzer, Jungs. Der eine ist down. Ah. Habt ihr einen down? Da lebt noch jemand. Max ist weg. Oh, die Karten. Max ist einfach gar nicht da. Hol die Karten. Ja, Digger. Entspann dich doch mal, Micky. Karten. Da hast du noch eine Karte, da hast du noch eine Karte. Jetzt musst du aber auch schnell rein, Meister. Und Jumpet. Kann man nicht alles machen, ne? Das ist ja 28 Grad. Wieso, Digger, jetzt ist es ja genauso heiß draußen. Die blaue. Digger, oh mein Gott. Ich habe so lange nicht mehr gespielt. Ach, du Scheiße. Was macht ihr denn für eine Scheiße? Ah, Digger. Was gehe ich für einen Win? Äh, Max, ganz kurz. Ey, Jungs, das war das, was ich jetzt lost, Alter. Aber ich habe nicht schlecht gespielt, oder? Den Rickety Rick musst du hin, jetzt, uns beide reviven. Was ist denn Rickety Rick? Rickety Rick, ich markiere dir. Ja, Digger, Jungs, wie nice, dass ich jetzt hier mal wieder derjenige bin, der nicht revivet wird. Ganz klares Ding. Geht das vor mir? Kann ich da vorbeilaufen? Schwimm, schwimm. Machst du dich allein, schwimmen einfach. Der kommt. Ja, schwimmen einfach. Max, was machst du denn da? Der ist low, der ist low, der ist low. Safe? Hat mich eben angeschossen. Dimm, äh, die AR. AR, 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 AR. Max! Ich bin gamecrashed. Oh. Nein, der liegt. Schwimmen. Ich bin gamecrashed. Egal, schwimmen. Es sind viel zu heiß hier drin. Gamecrash. Schwimmen. Der, was ist denn Sommer für einen? Halt den Ventilator an das Fenster. Hab ich. Tauchen? Kannst du tauchen? Adi, das macht echt Spaß, Digger. Das macht echt sehr viel Spaß. Das ist ganz geil eigentlich. Kannst du tauchen? Versuch's zu tauchen, Max. Sag mir mal, meinst du, er soll tauchen? Tauch einfach. Miki, tauch mal, Max. Achtung, Names. Leck, leck. My gamecrashed. Ach, Digger, faul der macht schnell. Ich bin Spaß, muss ich sagen. Also, das ist das Abzell. Das ist einfach nur Traurig, was hier passiert. Ach, Digger, Traurig. Wie kann das dann zu warm sein? Weil der Raum ist einfach zu heiß. Wenn das Wasser in dem PC 38 Grad ist. Es wird noch heißer. Es ist globale Erwärmung. Und ich würde sagen, du hast ein echtes Musikgewicht. Normalerweise fange ich auch nicht um 12 an zu streamen. Meine Stirn glänzt. Ich bin komplett eingeölt, gerade hier. Ich komme sofort, ich muss noch kurz kotzen. Max, würdest du sagen, Milpip macht bessere Musik als Sido? Wer? Perfekt. Kenn ich echt. Weiß auch, dass ich den nicht kenne. Max, ganz kurz. Ein Zuschauer schreibt hier gerade. Max soll versuchen, das Fenster weiter aufzumachen. Es ist maximal weit offen. Es ist einfach auch zu heiß hier im Raum. Ey, der ist 12 Stunden streamen gegen den Sook. Geil los, die ersten vier Stunden. Und alles, was er nachkam, war so schade. Ich stream jetzt sechs Stunden. Und ich habe nichts für ein YouTube-Video. Weil alles gekürt ist. Ich auch. Aber Max, weißt du, bei mir ist der Unterschied. Ich lade es einfach trotzdem als YouTube-Video hoch. Weißt du, was mein Titel sein wird? Max, so schlägt den Fortnite das Game quittet. Irgendwie sowas, Max. Und ich sage dir, es wird wieder funktionieren. Ey, Max, ich kann mit dir zehn Minuten im Raum sitzen. Ja. Und ich habe meine Views. Weißt du, was ich meine? Und das ist weird, dass ich mit deinem Gesicht mehr Views mache, als du mit deinem Gesicht bei dir. Ganz seltsam. Ja. Je nach Tortuga, Fokus. Hast du zufällig die Möglichkeit, dass deine Freundin Luft in den PC feschert? Mit einem Pab-Pab-Pab oder so. Weiß einer, wo die sind? Ich suche sie die ganze Zeit. Oh, hinter mir, hinter mir. Oh mein Gott, Klaus, das ist nicht los bei mir. Micky. Vorhin. Auf jeden Fall Heal. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Leck. Ins Boot, ins Boot, Max. Äh, Zustauer. Wenn mein Game ansteigt, dann gehe ich off. Oder mache ich dann einfach was anderes? Verbring mal Zeit mit deiner Freundin. Da haben wir gestern gehabt, den ganzen Tag. Na gut, reicht. Reicht für den Monat. Krieg da die Ecke über den Busch! Digga, ich sehe aus wie eine *** Blume. Weiß nicht genau, was du damit sagen willst, ist einfach sauinteressant. Der ist da down, bitte. Finish den. Schieß da drauf, bitte. Du bist, brauchst du Hilfe? Wie fightest du hier, du? Ich kann schießen? Ich stehe ja wieder mit mir geweift. Ja, ich hab's geweift. Ach, Mann. Ich hab's nicht gecheckt. Ich leck wieder. Ich leck nur noch. Ich kann nur noch ein bisschen laufen. Oh, den weirden Bulletswrap jetzt die Waffe. Oh mein Gott, no, 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 no. Direkt Tomi, ey, ey. What the ***? Wo kommt er denn her, Digga? Wer ist der? Digga, der hier nichts gehört, gar nichts. Trimax hier zugehört. Direct XX plötzlich bin ich am Boden, Alter. Wahnsinn. Okay, let's go. Komm, wir schaffen das, Jungs. Wir schaffen das. Was ist neu in Season 3? Die Legs. Legs. Ist viel Wasser hier mittlerweile, ne? Gab Überschwemmung, ne? Raus. Alter, wie safe verlieren wir bitte? Ich hab jetzt genau dieselben Legs, die du hast. Auch so drei Sekunden lang. Fünf Sekunden lang teilweise. Einer steht... Danke, Jungs. Bei mir leckt's so hart die ganze Zeit. Oh, sch***. Ich kann die probieren, komm. Shieldbreak einer oben, Hunderter. Hinter uns auch noch, ne? Hinter uns auch noch, Jungs. Ah, ich leck nicht, dass ich jetzt wieder gesnipet werde. Ja, das kannst du dann knicken. Das ist auch so lange, Digga, Mann. Das ist so lange. Ich werd gleich so ein Headshot. Ich kann's nicht auf den Boden. Neun, zehn, elf. Ich leck immer noch, ich werd raus. Ich leck immer noch, ich glaub, wir schmeißen, wir sind beide raus. Hab einen genockt. Oh, der Applikation ist hung und wir sind jetzt closed. Wir apologieren. Jop. Unkonvenient. Same bei mir auch. Alter. Ich hab hier, oh mein Gott, die haben von meiner Kreditkarte 200 Euro abgebucht. Jetzt reicht's aber hier, Epic Games. Das war ein Riesenhaufen Sch***. Okay, bin ich gespannt. Muss ich mir mal ansch- Oh, Digga. Schon wieder diesen armen Typen genackt. Wahnsinn. Jungs, ich hol das Game noch. Ich hab zwei Kills. Okay, safe. Ich mach das jetzt doch. Ich bin gerade im Heuballen. Ach, Sch*** drauf, Digga. Ach so, ja. Was machen wir denn sonst? Bummel. Kein Spaß. Ah, Digga. Hab ich schlecht gespielt. Ha, ha, ha.